Die Rauhnächte Die Rauhnächte beginnen in der Nacht des Heiligen Abends zum ersten Weihnachtsfeiertag und enden um Mitternacht, wenn der 5. Januar in den 6. Januar, den Tag der Heiligen Drei Könige, mündet. Sie haben ihren Ursprung wohl in der Differenz des germanischen Mondkalenders zum heutig gebräuchlichen Sonnenkalender, die elf Tage bzw. zwölf Nächte beträgt. Der Name Rauhnächte könnte auf das mittelhochdeutsche Wort Ruch zurückzuführen sein, was so viel wie Räuchern bedeutet. Der Jahreszeit mit den langen Nächten und somit dem inneren Biorhythmus entsprechend sind die Rauhnächte eine ideale Zeit zur Kontemplation, Bewusstseinsarbeit und inneren Einkehr. Ich werde zu jeder einzelnen Rauhnacht ein kurzes Video machen, welches vom Zeitrahmen her mit wenigen Minuten auch dir ein kleines Eintauchen in dieser Zeit ermöglicht, wenn deine Tage mit anderen Menschen und Situationen bereits recht angefüllt sind. In diesen Clips erfährst du das jeweils dem Tag zugeordnete Thema, das Sternzeichen, den Monat, den Duft und Fragen, die der Energie dieser Rauhnacht entsprechen und von dir überdacht werden können. Außerdem ziehe ich eine Karte für diese Rauhnacht, die als Zusatzinformation dient. In diesem Video erläutere ich Möglichkeiten und Rituale zur bewussten Wahrnehmung und Nutzung der Magie der Rauhnächte. Schaffe dir eine behagliche Atmosphäre, zünde eine Kerze an, umgebe dich mit natürlichen Düften durch Räuchern oder ätherische Öle und halte achtsam inne, um in deine Ruhe zu kommen. Ich höre dazu gerne ruhige Musik aus dem Bereich der Klassik oder der spirituellen Musik. Folgende Rituale kannst du zu den Rauhnächten machen. Du kannst dir für die Rauhnächte einen eigenen Altar errichten. Stelle auf diesem Platz Kerzen und Gegenstände, die für dich persönlich mystisch oder magisch sind. Dies können Edelsteine sein, Gegenstände aus der Natur wie eine Feder oder Tannenzapfen, getrocknete Kräuter, kleine Bilder von Heiligen. Sei einfach kreativ und folge deiner inneren Stimme. Stelle oder lege auch Bilder deiner Lieben dazu, auch der Personen, die bereits die Dimension gewechselt haben, denn in den Rauhnächten wird das Ahnenthema eine Rolle spielen. Jeder Rauhnacht ist ein Thema gewidmet, zur Beschäftigung und Auseinandersetzung. Sinnvoll ist das Aufschreiben deiner Gedanken dazu. In den Einzelvideos werde ich dich darin mit gezielten Fragen unterstützen. Natürlich kannst du dir ein hochwertiges Buch kaufen und einen schönen Stift dazu. Ich bin der Meinung, es geht nicht um eine materielle Investition oder ein einfacher Block oder ein Schulheft und ein Kugelschreiber reichen durchaus aus. Ausschlaggebend sind deine Ernsthaftigkeit, deine Gefühle und deine Gedanken, nicht die Ausrüstung dazu. Räuchern mit Harzen oder Kräutern reinigt und energetisiert den Raum, sowohl den physischen Raum als auch den energetischen Raum. Mittels der entstehenden Düfte öffnest du dein Bewusstsein zur Klärung, Arbeit und für dein gegenwärtiges Gewahrsein. Es gibt Räuchermischungen für die Rauhnächte zu kaufen und jeder Tag ist einem bestimmten Räucherwerk zugeordnet. Kraftvoll ist immer der weiße Salbei oder Weihrauch. Du musst dich aber nicht akribisch an Vorgaben halten. Folge deiner Intuition und deinem Gefühl. Dies gilt auch für das Arbeiten mit ätherischen Ölen in den Rauhnächten. Hier gilt es zu beachten, dass das von dir verwendete Öl nicht synthetischen, sondern natürlichen Ursprungs ist. Das Orakeln ist eine alte Rauhnacht-Tradition. Es gibt Kartendecks, die speziell auf die Themen der Rauhnächte zugeschnitten sind. Du kannst dazu aber auch dein Lieblings-Orakel-Karten-Set benutzen. Besitzt du selbst keine Karten, so kannst du auch online eine Karte ziehen. Meditiere über die gezogene Karten und mache dir Notizen dazu. Auch hier gilt es, es kommt weniger auf das äußere Equipment an, sondern auf dein inneres Empfinden. Eine kleine Meditationseinheit tut immer gut, nicht nur in diesen Tagen. Vielleicht hast du bereits Meditationserfahrung und kannst diese nutzen. Auch als Neuling wirst du schnell herausfinden, wie wohltuend eine Zeit der inneren Einkehr sein kann. Du völlig in die Stille gehst nach klassischer Zen-Art oder eine geführte Meditation zum Beispiel mit YouTube machst, spielt keine Rolle. Wichtig ist es, gerade als Anfänger zu wissen, Meditation bedeutet nicht zwingend Gedankenfreiheit, sondern alles darf sein. Konzentriere dich auf deine Atmung, beobachte sie einfach und versuche nicht, aufkommende Gedanken wegzudringen, sondern sie durchfließen zu lassen und kehre dann wieder mit seiner Aufmerksamkeit zur Atmung zurück. Das Ritual der 13 Wünsche in den Rauhnächten ist recht bekannt. Nimm dir ein Stück Papier und einen Stift. Das Papier zerschneidest du in 13 Teile. Auf jedes dieser schreibst du einen Herzenswunsch von dir auf. Falte die Papierstücke dann zusammen und gib sie in einen Behälter. In jeder Rauhnacht ziehst du einen Zettel und verbrennst ihn ungelesen. Damit gibst du deine Wünsche und deren Erfüllung an den universalen Raum ab. Ein Wunsch bleibt übrig. Um diesen musst du dich in dem Jahr, das vor dir liebt, selbst kümmern. Wann immer es dir möglich ist, nutze die Zeit für einen Spaziergang oder Aufenthalt in der Natur. Wenn du ländlich wohnst, kannst du über die Felder und in den Wald gehen. Städter haben sicher einen Park in der Nähe. Nimm bewusst wahr, was dich umgibt. Die Winterluft, der Sonnenschein, die Wolken oder der Niederschlag, die Pflanzen, die Tiere, die Menschen und auch den Boden von Mutter Erde unter deinen Füßen, der dich trägt. Mit dem achtsamen Eintauchen in die Rauhnächte, in denen der Schleier zwischen den Dimensionen besonders fein ist, kannst du deiner inneren Stimme einen Raum geben, der im Alltag oft recht klein ist. Du verbindest dich ganz bewusst mit deinem Selbst und mit deiner inneren Wahrheit. Die Themen ermöglichen dir ein Loslassen von Programmen und Gedankenmustern, die du nicht mehr brauchst. So darf Neues eingeladen werden, ein Prozess des Wandels und der Transformation. In den Rauhnächten hast du die Möglichkeit zu erkennen oder gezielter heraus zu kristallisieren, was du in diese Welt an Talenten und Herzensangelegenheiten bringst. Erkenne, du bist das Licht. Ich schließe dieses Video mit einem Gedicht von Rilke, was für mich ganz wunderbar zu den Rauhnächten passt. Es heißt Zeit. Tage, wenn sie scheinbar uns entgleiten, gleiten leise doch in uns hinein. Aber wir verwandeln alle Zeiten, denn wir sehnen uns zu sein.